ja und herzlich willkommen zurück in Twain Forgotten Realms genau jetzt hatte ich gerade meinen Faden kurz verloren naja also bei Neverwinter Nights Schatten von anderen zieht wir schauen uns hier in den Nesserbergen einmal um so groß ist das hier ja gar nicht das heißt aber natürlich noch gar nichts kann natürlich auch drumherum eine ganze Menge sein da jetzt runter da möchte ich ganz gerne später also jetzt mal gleich erst hin jetzt noch nicht ich will mich hier oben erstmal umschauen aber hier ist nichts also können wir nur runter gehen wir runter und wir haben jetzt schon die halbe Karte erkundet das ist irgendwie entweder doof oder vielversprechend naja gehen wir erstmal hier lang weiter scheint gibt es hier nur einen Weg da ist ein Dax der ist und ein Wolf und noch ein Wolf die uns alle irgendwie ans Leder wollen aber das sollen sie einmal probieren und dann gibt es Ärger gibt es einen mit der Klinge und dann ist hier vorbei ist es schnell erledigt der auch so was hast du denn hier schönes Wolfsfälle ja noch mehr Wolfsfälle nehmen wir erstmal mit so ähm wo gehst du da hin ach so den Dax den Dax jagen da unten geht es weiter da geht es auch weiter oh haben wir doch zwei Höhlen hier ja erstmal hier lang weiter gucken da ist noch ein unverletzter Chrisli Bär der tut uns aber nichts ja ja sie ist schwer bepackt so da ist die Koboldhöhle ich denke mal dass wir in die Koboldhöhle müssen was ist das hier eine kleine Orkgruppe nicht mehr als sechs stück vielleicht dann schauen wir doch hier einmal rein in die Höhle in den Nesserbergen und wir laufen gleich direkt in die komplette Orkgruppe hier anschauen aber wir werden uns unserer Haut erwehren so ein bisschen Ärger hier da muss doch einmal anschauen ah der ist ein bisschen blau wo wir dachten ich mach heute mal ein bisschen blau hahaha Kukri Bänderpanzer so viel so viel Malachit schwere Armbrust wir sind irgendwann definitiv zu überladen wenn das so weiter geht ich denke mal wenn wir hier in den Nesserbergen fertig sind werden wir wieder einen Abstecher nach Hügelspitze machen um uns dort ja unserer überflüssigen Sachen zu entledigen hier sind noch welche ich wusste es hallo oh das war kurz da ist ein Häuptling ich hab's halt ein bisschen mit dem Mund etwas verklebt so hallo Häuptling ey Fahrtläufer tot oh nein das ist aber nicht unser Elf den wir vorhin schon getroffen haben oder ich hoffe nicht ich glaube nicht das wäre nicht schön tja aber dafür hat der Org Hügelspitze jetzt ja sein geben lassen müssen oh toll wir sind belastet juhu es ist zu viel zu schleppen ähm hallo Dorner du bist ja sowieso schon überlastet das heißt ähm ne der ist nicht identifiziert was machen wir denn da jetzt äh da den Panzer rüber die Armboss drüber so dann einmal öffnen sieben Goldstücke das ist schon mal sehr schön da freue ich mich gerade drüber wir haben hier der ist rot da können wir nichts machen warum auch immer der rot ist wir wären doch ihm freundlich gegenüber gewesen ja nein vielleicht wir werden jetzt nie erfahren naja das waren erfreulich kurzer Abstecher muss ich ehrlich gestehen jetzt schauen wir uns hier oben erstmal noch kurz rum bevor wir nach da unten gehen Felsbrocken und irgendwas anderes aber so ist hier nichts mehr also nach unten dann kommen wir in die Höhle da werden wir dann wahrscheinlich einen etwas längeren Weg vor uns haben wenn das wirklich der Weg zum Drachen ist der wird doch nicht direkt davor warten nicht wenn er so viele wenn ich so großes gefolge hat äh bei genauer und Hinsenak entdeckt ihr ein großes Schlüsselloch in der Mitte dieses Steins ähm ja wir tun nichts naja Koboldhöhlen hallo das wird bestimmt spaßig hier so dann schauen wir doch mal was uns hier erwartet ah Kobold das war klar das war sowas von klar aber egal so die sind wir schon mal los mhm mhm da ist eine Kiste da haben wir Liebeswerkzeug drinnen ein Rapier und eine Heiler Tasche das ist schon mal ganz okay iiih und hier ist eine Falle äh Donna kommst du mal bitte hier angelaufen ja das dauert jetzt ein bisschen weil sie ja so schwer bepackt ist la 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 da Arbeit ja schön Gott tu mal was für dein Geld was du nicht von uns kriegst und was haben wir hier Türen hm so erstmal Kisten na ne 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 die Pfeil nehme ich nicht mehr mit die kauft doch sowieso kein Schwein mhm Türen was ist in diesen Türen was ist das irgendwie hilfreich ahhh Kobalt Schlitzer wir müssen uns hier glaube ich erstmal alleine durchkampfen weil das dauert ja bis die Donna wieder angelaufen kommt sollten dann vielleicht auch sie warten ist bei der nächsten Tür ah komm schon es kann doch nicht sein dass wir erst einen erledigt haben bis du kommst oh das darf doch nicht wahr sein wieso nimmst du dein wieso nimmst du nicht deinen Buchen so Moment jetzt muss ich mal irgendwas gucken hat die vielleicht gar keine Munition mehr eventuell doch hat sie doch hier da geht doch warum nicht gleich so mhm ne leichte Armbrust na super ja komm nehmen wir mit die Waffenregale werden uns auch wieder schwer zu stehren kommen ich bin echt schon kurz davor und versuchen zu sagen wir nehmen ein Fokuskristall jetzt endlich doch ähm um einfach uns bolzen die bringen uns kein Geld äh halt stopp ich will die Tür aufmachen einfach aus Prinzip um uns vielleicht doch einmal unserer Sachen zu entledigen so mhm kurz Bogen plus eins ach da bist du schon äh und da Lichter auf dem Boden und den können wir einmal vielleicht ganz schnell erledigen ja guckte gerade den haben wir im Schlaf meucheln können und du hast schon wieder deinen Hammer in der Hand warum ich möchte dass du den Bogen nutzt vielleicht sollten wir die auch hier wegnehmen na egal einfach egal wir nehmen es erstmal so hin Regal mit Werkkampfwaffen zack ich bin mal gespannt wie lange das noch dauert bis wir wieder überlastet sind halb aufgefressene Leiche naja der hat ja nicht viel übrig gelassen mhm weil ich vielleicht doch ein Stopp einfach Schleuderkammer auch mitnehmen die wiegt ja auch nicht viel bis wir denn da war ich an der Kiste schon dran nein sehe ich fast die Kiste da übersehen bis wir dann äh was wollte ich jetzt sagen wir ein bisschen überlastet sind wieder ich glaube ich ich meine das war's i fallen ja mhm wir stehen da schön drauf da bleiben wir auch drauf stehen reuchten wir mal so schön rot achso die ist dauerhaft aktiv i ähm magst du die mal eben ja danke Falle entschärft hier ist noch eine kümmern wir dich mal bitte drum ja danke i ne Ballista das ist also das ist aber eine sehr offensichtliche Falle kann ich dich mal einschlagen kann ich kaputt zumachen ne kann ich nicht ich werde hier mal eben meinen typischen Quicksafe machen lalalalalala irgendwie habe ich das Gefühl i verlangsamt da sind Koboldschneiderer und umgeworfen mal eben hier auf den langen Bogen wechseln es wird da durchgekommen schießen wir doch lieber mal mit unseren Fernkampfhaufen durch die Gegend das sollte ja ich wollte doch gar nicht weil das sieht aus wie schmieren da ist ein Feldwebel unterwegs und da kommt noch irgendwas Böses ist der in seiner eigenen ah ne der hat verzeihung er hat uns geworfen so wie das aussieht Google dem Tudena Feldwebel und da ist noch ein Schleuderer jetzt sind wir doch alle los geworden äh eh nein hier ist noch wir werden diesen döden Greenfüßen stecken wahrscheinlich tut uns das gerade ziemlich weh können wir hier rasten nein es sind noch Feinde da näher das war ja klar ich wollte eigentlich gerade nur sagen ich mach mal Quicksafe und wir gehen mal in diese Truhe und hier ist nix drinne bei der auch auch nix drinne dann müssen wir hier durch ganz schnell durchlaufen das tut uns zwar weh aber das soll uns jetzt nicht am Fortgang hindern hier sind sowieso ich glaub so seh ich ja einfach auch mehr gerade ja hier sind sowieso bald wieder welche Leidertasche Pfeile gut oh das war eine Falle du kleiner ne da hast du aber kein Glück mit uns gehabt hier mit unserem kleinen Bogen ups ups da waren wir gerade drinnen können wir jetzt ausruhen nein ach nee klar da vorne sind ja äh schon die Kobolde ich sagte gerade noch wir haben jetzt hier ein bisschen einen Überblick so komm wir hier triff 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 komm schon na komm treib uns hier nicht wieder die Krähenfüße du kleiner schnell raus hier wir sind schon schwer verwundert ich hoffe dass wir jetzt gleich rasten können sonst würde ich mir erstmal Tränke hinter die Binde kippen geht das jetzt nein fein in der Nähe also erstmal Trank schön Heiltränke reinziehen hier ah einer geht noch und dann haben wir da nämlich auch schon einen Hexenmeister der hier am rumballern ist das war es auch da ist ähm gerade irgendwie ich glaube ich sollte doch oben bleiben ich sehe gerade es hat ein paar Nachteile so nah dann hängen wir irgendwann hinter der Grafik mhm rasten geht immer noch nicht aber hier sind Pfeile aufgemalt auf dem Boden was uns wohl nicht uns dienlich sein soll wahrscheinlich aber den ähm Dienern das ist eine Truhe mhm was das wohl soll tsch 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 tsch